liebe leute hallo jetzt willkommen zurück zu let's play minecraft season 8 wir sind gerade dabei die quarry hier größer zu machen das scheint funktionieren wird wird das so das war super der hat der brennende pfeile geschossen und ich habe einen creeper abgekriegt das war nicht gut ja nur nicht neben der quarry das wäre schlecht ich will aber nix burnen ich will einfach so sand ja dann sucht er in deiner mumu aber irgendwie ist da immer noch nix passiert ja irgendwie passiert da wirklich nichts ja ich hab dann alles geburnt alles klar peter da zieht sich auch mal so zu viel mützchen auf du weißt du weißt doch dass das bei peter in kindestagen schon angefangen hat als er schon in der arzt am stadt hat wo bist du denn ganz weit versteckt voll verwirrt ich bin da neben dir wird ach sepp bist du dein schwein ach da hinter dem kürbis das ist ja noch nicht verwandelt peter baut was baust du da schmiede ne mine ach cool nicht ne mine ne schmiede ne mine fett das ist einfach auf die fresse wo haben wir denn eigentlich wieso moment war das eigentlich auf unserem pulverizer geworden ach ja ich wollte die turtle haben peter fucking smitz ja du hast das wuren vergessen nein muschi bin ich peter fucking muschies witz was macht das denn chris also bei unserer alten mining stelle ist das nicht was du in dem rechten ding war mein jetpack drin boah alter dann nimm das doch einfach und dann ist gut nimm ja auch noch so alter bram boah Junge macht halt nicht normal Junge jetzt hör auf mich zu hauen ohne Spaß ich hab jetzt die Sachen die man einfach so abbauen kann hab ich abgebaut den resten können wir nur mit zig touch abbauen die säge nochmal genau alter peter deine schmiede sieht geil aus halt deine fresse halt deine fresse hey sag nochmal ja wie wärs denn wenn du mal diese angefangene axt äh äh wie funktioniert die jetzt mein gott juhu hat ihr peter verstanden ich soll ihm jetzt erklären wie er seine mine baut bums die mining turtle ist gerade mal gefährt durch das getreidefeld geheilt scheiße ich dachte so was ist das jetzt für ein geräusch wer baut jetzt das getreide hinter mir ab er fährt zu fuße gerade durch ja sehr gut lass doch ein nuklear teil rein das soll man ja wir haben ja schon genug energie ja nuklear reaktor so burn the rubber den kann aber unsere ganze gegend verseuchen ja ja und wenn du die finger im spiel hast ist mir das nicht sicher du kannst doch mal wissenschaftler bram eine runde machen so schwer ist es ja gar nicht zu bauen ich möchte aber nicht geile stadt in tschernobyl oder fukushima umbenennen ja jetzt wein doch nicht direkt ich weiß was ich tue oh man na dann alles klar ich bring jetzt erst die solaranlage zum laufen und wenn die läuft ja dann brauche ich nukleartei weil dann habe ich damit geproovt dass ich weiß wie das funktioniert weil wir rubber auch irgendwann mal wieder brauchen weil wir rubber brauchen mama ich brauche auch rubber jeden Tag gib mir den stoff fixen kann ich alleine die kirche der heiligen vorgina die kirche der heiligen vorgina ein schöner film sepp ich kann dir jetzt schon sagen das wirst du so nicht stehen lassen spätestens wenn hardy das sieht das ist mir total egal du musst das mal machen mit so halbenden ey sepp was ist denn das für ne scheiße kannst du die kleiner machen nicht den großen block das baust du aber nachher wieder ab wieso fliegst du denn nicht einfach ja darum was hat der gemacht freunde doch ich habe gerade mit meiner iron pickaxe die turtle abgebaut und jetzt ist sie nicht mehr da ich hab die aber immer mit einer iron pickaxe abgebaut ja ich hab sie gerade auch mit einer iron pickaxe lauter du arschloch ja echt mal alter bist du am knattern ey ich muss die erstmal runter stellen knatter deinem bruder chase wieder am knattern ja scheiße die mining turtle ist tot ach apropos fertig mit ausfüllen ich bin fertig mit aufnehmen leck mich am arsch ja leck mich am arsch ja vielen dank fürs aufnehmen liebe leute und morgen geht es dann weiter bei weiß ich gar nicht bei mir bei peter bei peter ja bei peter fucking hund smith schau da morgen wieder rein bei season 8 und ja tschüss